Der Vergleich. Deutz DX 360 Vierzylinder mit Deutz DX 330 Dreizylinder. DX 360 serienmäßig Schnellkuppler. Beides 40 kmh Modelle. DX 330 K1 K2. Der DX 360 ist ca. 15 cm länger. Aufgrund des einen Mehrzylinders. Beide Schlepper mit Star Cup Kabine und Dual Split getriebelt. Dach 89. Dach 29. Dach 10. Dach 85. Dach 6. Wir starten die Motoren. Zunächst die X330, der Dreizylinder. Hübscher Dreizylinder-Sound. Und nun der Vierzylinder, die X360. Dreizylinder-Sound. 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 Mit AgroTroniki. Radio. Anschuhfach. Radio. Zwei wunderschönen Fletcher.